und herzlich willkommen hallo leute und herzlich willkommen heute spielen wir anime jam also man darf sich hier drei sachen entscheiden ich will gerne einen wolf sein und dann muss ich mir einen namen streifenwaffe ich will hier unten wollen weil ich ein wolf bin so wie er so wolf er läuft sich knobel kurz ein bisschen herum so leute ich habe mich entschieden cool lila wolf cool lila wolf cool lila wolf das sollte der benutzer sein willkommen in deinem neuen zuhause ich heiße peck und werde dir alles zeigen okay ich bin so ich bin so halb mal danke auf jeden fall ilu dass mir das empfohlen hat so in diesem bau hat jeder seinen eigenen stil fangen wir damit an deinem stil anzupassen klick mal auf dein tierbild um dein aussehen anzupassen du kannst viele verschiedene farben auswählen und kombinieren wirst du ich bin jetzt so ein rosa war so ein richtig auffälliger so mach mal mach mal unten so ein violett oder warte ich heiße lila wolf und da rosa kommt schon wo ist rosa auf jeden fall bello hat es abgezählt und sagt so das ist richtig geil das ist was für dich also schauen wir mal ob das wirklich was für mich ist leute ich bin nicht so zufrieden mit dem skin ich sag einfach ich nehm das du kannst die form und die farbe deiner augen ändern die augenfarbe nehmen wir mal da vorne so rosa weiter und du kannst viele verschiedene muster für dein fleisch muster warte oh mein gott schau dir das an mein gott leute das ist cool ok ähm dann mach mal so sterne oh mein gott wenn ihr dein neues aussehen gefällt klicke zum beenden es scheint allen zu gefallen wie du jetzt aussiehst und wie findest du es um anderen zu zeigen wie du dich fühlst klick auf die emote taste und wähle dann dein liebling ich weiß genau was du meinst hey da gibt es sachen umsonst schau dir alle die edelsteine an wie viele hast du gefunden du glückspilz wenn du djamaa erkundest findest du weitere lustige arten um edelsteine zu sammeln und viele orte an denen du sie ausgeben kannst es gibt spiele abenteuer und vieles mehr ich glaube du bist bereit um selbst auf erkundung zu gehen ja bin ich jetzt müssen wir es mal im konto stellen und mir das auch merken ich habe vergessen der hat seines vergessen naja also bei mir gibt es da auch noch cool ok ich will aber nichts machen oh was kann man da so machen hallo 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 tauschen wir etwas ne das war nicht ok leute ich heiße cool wie der wolf und jetzt schreibe ich mir kurz ein account also warte kurz sorry leute irgendwie ist ein fehler die wollen mich scammen also da steht ich habe mein passwort und alles eingegeben und da steht ist nicht verfügbar und jetzt haben die das geschickt bekommen die können jetzt alles hacken von mir wenn die das machen würde ich die anzeigen und ja ich muss alles von neu machen ich kann kein account erstellen das ist doch kacke man ey das ist ja voll duft ja toll jetzt wurde ich gestemmt jetzt habe ich alle meine Platzwörter eingegeben super ja toll ja toll jetzt kann ich jetzt kann ich denn meine 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 ja ich weiß dass ich ein konto stellen muss wartet ich zeige euch das ich zeige euch das okay ich zeige euch das wie oft wollen denn das passwort ja warte ich will einfach jetzt spielen und die wollen ja das geht nicht weiter Ich muss mich anmerken. Okay, wartet. Leute, das geht nicht. Könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben, wieso. Ich weiß, bei Bello klappt es und alles. Aber ich wurde gescampt. Ich kann nicht mehr ins Spiel und das ist schon so schön. Ach man, wieso muss ich gescampt werden? Das einzige, was ich machen kann, ist, wegzuschreißen. Auf einem anderen Account. Das machen und versuchen, da anzumelden. Leute, das mache ich auch. Deswegen, ja, morgen kann ich auch das. Oder jetzt halt. Also, ciao.